Auf Twitter, also eine ganz honorige Frau ist das, die Merkel, und dass da jetzt Merkel quält Kinder trendet, ist nicht okay, finde ich. Weil das einfach nicht stimmt, dass Merkel quält Kinder ist nicht korrekt. Das kann man so gar nicht sagen. Also, es mag ja Kinder geben, die weinen, aber zu sagen, Merkel quält Kinder, ist dann doch einer too much, finde ich. Also, das ist die mächtigste Frau der Welt, hallo. Die geht doch nicht hin und sagt, kann man nicht hingehen und sagen, Merkel quält Kinder, ist nicht okay.